Eminein! 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 Ne-min? Eninein! La-mise! Marxo! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 ... 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 .... ... ... ... Ich würde gerne sagen, ich würde gerne einen Song zu dir, Mädels. Mädels, kann ich ein Song zu dir? Supergirl, kann ich ein Song zu dir? Oh, das ist das. Lädiens, kann ich ein Song zu dir? Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Lädiens, wie viele in dieser Gruppe in diesem Tag in dieser Gruppe haben schon in eine solche Situation? Oder ist das- Ich schnapp nur ein Song zu dir. So, wenn du lieber aufst? Das ist alles gut, weil ich so die Leute tollen, über deinen Website zu dir. Bis zum nächsten Mal. Da ist alles gut, weil ich so die Leute tollen, ich so die Leute tollen, ich so die Leute tollen, ich kann dich nicht wirklich damit... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020